Ja, es ist jetzt ein bisschen chaotisch hier. Wir könnten das kurz aufheben und hier so an den Rand stapeln. Ach, leg mich. Lass liegen. Zumindest einigermaßen aufgeräumt. Gut, gut, gut. Ganz formidabel. Ich brauche was zu trinken und ich brauche was zu essen. Was verrottet denn als nächstes? Na das. Nicht schlecht. Ne, wirklich. Ist wirklich gut, ne? Ein gegrillter Rüsselkäfer. Was ist das? Was ist das mit dem Werfen und den richtigen Knöpendrücken? Das ist schon eine schwierige Aufgabe. Mal gucken. Ah, jetzt haben wir hier das und dann kann ich zwei Läuse grillen. Irgendwas ist fertig. Ah, das ist bestimmt das, äh, das, äh, das, das formidable Bärenleder. Und dann kannst du das da reinwerfen. Da haben wir sechs Bärenleder. Oh ja, das wäre immerhin besser als nix, ne? Dann können wir das alles mal da reinmachen noch. Das sind ja Sachen, die ich gerade mehr oder weniger gesammelt habe. Das ist hervorragend. Ganz, ganz fantastisch. So. Und dann könnten wir unsere Rüstung langsam reparieren. Ich hätte... So. Das machen wir erst mal. Hm. Dann kannst du die Spinnenhaube herstellen. Und die... Was machen denn die Bienen? Da brauche ich einen Bienenpilz, aber ich... Ah. 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 Okay, ich habe keinen Bienenpelz. Na gut. Na gut. Äh... Gut, ich habe eine neue Rüstung gebaut. Das ist hervorragend. Ich brauche... Ein weiteres Gerät. Ein weiteres Gerät. Und zwar... Ich sehe irgendwie total bescheuert aus. Ohne Witz. Gut. Gut. Das haben wir auch schon aufgehangen. Das ist hervorragend. Ich werde das dann ein bisschen sortieren. So nach vielleicht Ameise und so. Da werden wir dann mal gucken. Da werden wir dann... Ja, ja, ja. Das machen wir. Das wird gut. Gut. Dann können wir nochmal weitermachen. Das können wir noch reparieren. Das können wir reparieren. Kann ich den auch endlich reparieren? Ne, ich habe keinen Bären. Das ist traurig. Aber ey. Ja komm, wir machen Knochen. Knochen. Armbrust. Klopper. Alles ein bisschen Chef machen würde. Und dann müsste man mal gucken. Ich habe doch... Ah, da ist ja eine Bienenpelz drin. Okay, jetzt verstehe ich die. Jetzt verstehe ich die Sachlage. Und das ist das Ding von den Ameisenlöwen. Ja. Davon brauche ich... Ich brauche aber für die Rüstung dann auch mehr. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Gut. Das lasse ich erst mal. Ich dürfte eigentlich... Oh. So viel ist es nicht mehr. Aber das sollte ja erst mal reichen. Also... Ich hege die Hoffnung, dass es das tut. Für eine kurze Zeit zumindest. So, dann kann man ja hier... Das kann man ja mal stapeln. Und kann das dann hier im Stapel da rein machen. Und vielleicht kann man das hier auch stapeln. Aha. Macht schon Sinn, ne? Macht schon... Macht schon Sinn. Hier liegt auch immer noch die Lampe rum. Die... Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die spawnt nicht wirklich. Das wird wohl liegen bleiben, bis ich irgendwann der Ansicht bin, dass es jetzt... Weg kann. Ich würde mal gern den Rüsselkäfer hier rausholen und hier mit reinmachen. Das Sortieren macht auch überhaupt keinen Sinn. Das mache ich jetzt einmal. Und danach sieht das dann wieder aus wie Hulle. Hm? So ist das eben. So ist das bei mir. Kann ich nichts machen dran. Ich, ähm... Minecraft ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Wir könnten Smoothies machen. So, pass auf. Wir machen... Der heilt. Der soll auch heilen. Das ist genau der Sinn. Äh... Ich weiß nicht. Ich habe mal ein paar gemacht. Oh. Das habe ich nicht gewusst, dass ich da was machen muss. Das ist gut. Würde ich behaupten. Wie viel habe ich denn jetzt von denen? Das sind 14. Okay. Moment. Man sieht es ja... Ein köstlicher, heilender Brei aus guten Zutaten. Na, das ist doch auf jeden Fall schon mal was wert. Und dann gab es noch den hier. Der macht Max Gesundheit und... Ah, dafür brauchte ich Milbe, Kieselchen. Da habe ich aber nur eine 8. Ich muss Kieselchen sammeln. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dass das mal... Dass das mal Tagesthema wird, dass ich Kieselchen sammeln muss. Gut. Da ist schon mal einer. Und hier hinten liegen ja ein paar rum. Die können mir ja wahrscheinlich doch kloppen, ne? Lässt du mich durch? Wann ich das auch? Ne, das geht nicht. Das war irgendwie klar. Dann haben wir noch den hier. Ja, Rudi. Beruhige dich. Wir könnten auch mal unsere Schippe ausprobieren. Mhm. Jetzt hätte ich fast ekliges Wasser getrunken. Das... Naja. Hör. 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 Ach da. Er sagt das doch. Ich wollte doch eigentlich nur ein paar Kiesel holen. Vielleicht gibt's ja auch noch mehr Tränke. Also... Smoothies, die... Die sind Mächten. Oh, warte mal. Hä? Warum höre ich hier ne... Haben sie denn hier Läuse? Hör. Hör. Geh weg. Ich wollte noch ein paar Pilze holen. Wenn ich schon... Was ist eigentlich hier mit dem Fliegenpilz? Was passiert eigentlich mit dem? Der macht... Der macht Brocken oder was? Was mache ich denn mit Fliegenpilzbrocken? Ich hab... Ich hab... Ehrlich gesagt null Ahnung. Ich kann das... Kann ich das anklicken? Das ist analysiert. Okay. Rezepte. Das kann ich mir anzeigen lassen. Ah, ich kann Pilzbrei damit machen. Oder was? Großes Stück Fliegenpilz. Nicht zum Verzehr geeignet, aber genau richtig zum Pürieren. Ah, da kannst du Pilzbrei draus machen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob mir das irgendwie weiterhilft so richtig. Vermag ich jetzt nicht so richtig zu sagen. Nehme ich dir gerade deine Nahrungsquelle weg? Das tut mir leid. Aber wir müssen halt auch ehrlich sein. Ich brauch's nötiger wie du. Zeig mal her. Ich hab 2000. Ich hab zwei verfügbare Aufgaben. Mach mal neu. Ein Stock im Schlamm. Hisse das Banner auf am Bürgel bei westlicher Holzpfosten. Läuselatschen soll ich herstellen. Und immer noch den Schiss. Ja, gut. Ich soll irgendwas im Schlamm machen. Keine Ahnung. Was brauch ich für Läuselatschen? Ich muss mal kurz gucken. Ich brauch rohes Läusefleisch und Milbenpilz. Okay. Das mit dem Läusefleisch, das könnte irgendwie gehen. Wenn ich wüsste... Warum stehst denn du da und bist aggressiv? Das keiner weiß... Hacke ich dir mal nen Kopf ab. Ach dumm. Zweimal dumm. Komm an. Ah. Ich brauch Läusefleisch. Glaubst du mir nicht, ne? Wärme schon irgendwo finden, das Zeug. Die hängen doch immer hier an irgendwelchen Grashalmen oben. Oder... Ist das nicht so... Oben ist ne Fliege. Ich häng fest. Ja. Ist es soweit. Meistens rennen die ja immer von mir weg, weil ich so leise unterwegs bin. Ich überwache das jetzt hier. Ganz professionell. Nee, aber nicht dauerhaft. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier eine sehe. Dann stelle ich Kieselkram her. Und dann wird eigentlich alles gut. Dann ist eigentlich alles... Alles im Butter auf dem Kutter. Dann weiß ich nicht, ob es noch irgendwelche weiteren Maßnahmen gibt, die ich durchführen möchte. Wir haben jetzt auf jeden Fall Kieselchen. Ich mach mal so 10. Was haben wir hier? Atem. Schadensresistenz. Das wäre natürlich auch toll, aber da finden mir frische Billy... ...Hockriegel. Und Kekse. Sein Twitchbrocken fehlen mir da. Da liegen ja längst oben welche. Da macht es mehr Angriffskraft. Da brauche ich aber Spinnenfänge für. Ganz ehrlich? Nein. Taucher? Nein. Maximale Ausdauer. Gasschutz. Die kann ich mehr schleppen. Da bin ich besser am Schwimmen. Da kann ich mehr tragen. Okay, dann sind die, die ich da habe, schon... Dann sind die, die ich habe, schon ganz okay. Gut, den habe ich jetzt entdeckt. Wie ist denn das, wenn ich den nochmal mache? Ah ne, das habe ich irgendwie schon gebaut. Okay, da kriege ich jetzt keine... ...keine Bonüsse. Wir könnten aber für den Kamm... Ich kämpfe ja mit dem hier, ne? Jaja, da könntest du... ...du könntest weiter upgraden. Vielleicht ist Level 5 dann das letzte. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich müsste auf jeden Fall auch noch die Rüstung dann... ...machen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Dann können wir für den Helm schon mal... ...können wir das schon mal anpeilen. Ich muss doch mal gucken, wo ich den Kram dafür finde. Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Naja, jetzt habe ich zwei Stunden... ...sinnlosen Kram gemacht. Ich hoffe, das hat beim Zugucken ein bisschen Spaß gemacht. Also ich meine, so ganz sinnlos war es ja nicht, aber... ...halt jetzt auch nicht für die Quest nötig. Wobei... ...das muss man halt immer recht relativ sehen. Ich ähm... ...hab ja die Option... ...das ist übrigens schön hier. Schön. 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 Kannst du das mal wegstecken? Wenn du jetzt noch die Info ausmachst... Ach, guck mal an. Ein Traum. So, mit der Szene entlasse ich euch jetzt. Ich hoffe, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Könnt ihr ja gerne einen Daumen da lassen, wenn es so war. Und ein Abo wäre auch nett. Kommentar wäre super. Würde mich freuen. In dem Sinne... ...reingehauen habt eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao, ciao und passt auf euch auf.